So, die Anmutung, eine alte Anmutung haben will. Früher haben sie es gern so gemacht, das G, dass sie nicht so, so habe ich es praktisch, man kann jetzt hier den, ich weiß nicht, wo das jetzt ist, aber das habe ich hier wie gesagt auch. Das ist jetzt die N-O-I-N-G, ne? Genau. Dem Ingenieur. Das sieht ja noch ganz anders aus. Genau, man kann das G natürlich noch ein bisschen, warte mal, wo ist es hier? Hier seht ihr, da hat er das jetzt nicht. Aber den Strich oben drüber hat er gemacht. Genau, so hat er dann, und dann kann man dieses hier so reinziehen, seht ihr, dass diese Ecke, die jetzt hier bei mir an beiden Seiten ist, die gibt es auch. So, dass es nur einmal so rüber geht, ne? Also da gibt es jede Menge Variationen. Ihr seht hier zum Beispiel das bei dem A hier. Da seht ihr die...